so und jetzt bevor das video losgeht noch ein kleiner in eigener sache hier oben seht das ungefähr drei viertel der leute schauen das ganze ohne zu abonnieren hier ist das hier hier ist das was wir eventuell noch erreichen wollen das wäre dann quasi der youtube partner und ja lasst ein kostenloses abo da natürlich kommentare likes haben das ganze irgendwo im algorithmus hochlandet und dann wünsche ich spaß jetzt mit dem video wir sind wieder zurück gehen es geht vom tag auf wir werden weiter kämpfen müssen wir suchen uns gefördlich spieler-kills mit unserer schruttfinder und genau dem ganzen gehen wir auch nach ich habe bloß keinen bock dass hier die rogues sind vor uns kam das neue update wir werden sehen ob das jetzt was an einem server ping endert ich habe zumindest schon mal noch keine meldung gekriegt oben rechts deswegen probieren muss erstmal weiter das sieht aber eher nicht so aus das sieht 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 so aus so für die baustelle noch stark schön die bene gebrochen ich hab nichts dabei konnte man das so beheben ich hab nicht mehr schmerzmittel was soll der bruch geht trotzdem weg komm ich aber doch mal schnell noch ist hier eine medical ja es ist wenn man sich dumm anstellt und auch noch sachen liegen lässt oder vergisst dann passiert genau sowas wir haben uns hier super getroffen ich habe nämlich kurz sein blutspritzen sehen der weiß auch ungefähr von wo es kam hier jetzt 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 wir haben wir hier wir hier im es hier dass es drinnen Ja, hier ist er! das ist eine ganz wilde nummer ich also ich blick gerade null durch der hat auch gefressen auf jeden fall wir rennen hier vorne rum und gucken ob wir den eventuell hier snacken können irgendwo so das ist ein bisschen merkwürdig gerade gehen wir für Doms da 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 Okay. Okay. Nicht gesehen, aber er mich auf jeden Fall. Der Nutella. Oh, den haben wir sogar getroffen auf eine übelste Entfernung. Aber es hat halt nicht gereicht. Jetzt gleich wie ich. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter. Zack, Schottie ist durchgeladen. Dann gucken wir. Wir suchen Spielerschins. Und vielleicht ein paar Skeps auf dem Weg. Aber Spieler sind deutlich wichtiger. So, die Skeps können wir auch mal so killen. Hier ist nämlich auch, wenn hier schon jemand schnell ist, dann ist der sofort hier. So. 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 Mal hier schnell. So. So. Wenn der schon runter fällt, kann man uns auch angucken. Uiuiui. So. 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 Entschuldigung! Da fliegt es mir die Waffe hoch. Ich hasse aus. Aber längstens sein Kumpel haben wir in den Kopf geschossen. Da war er. Der hat schön gefressen und wir haben die Machen im Backshot in die Oshanga gefressen. Naja, gut, gucken wir weiter. So, probieren wir es mal ein bisschen anders. Das Bild ist ein kleines bisschen anders, wir spielen. Wir spielen ohne... Ich bin ohne Visier, weil das brauche ich gar nicht so sehr. Das ist auf Entfernung, ist gut, aber in der Nähe ist es scheißegal. Wir spielen gleich in Richtung Tanke. Voraus hat es irgendwo geschossen. Das ist eigentlich auf mich. Ja, schade hat er mich auch noch gekriegt. Hat auf jeden Fall gehustet, das heißt die Schwerden wohl getroffen haben müssen. Das ist ja, das ist so traurig, wenn die da nicht umfallen. Ah, bt, naja, klar. Gut, dann war es das jetzt aber wirklich für die Folge. Oh, das kommt vielleicht noch eine kleine Runde. Und dann muss ich erst mal auf den Schuhen zu warten und ich glaube eh, da habe ich noch für Worte noch kurz auf den Schuhen zu drücken, sehen wir uns gleich wieder. So, drittes Mal, wir hoffen, dass es diesmal klappt. Oh, wir könnten direkt in den Turms rein, könnten uns irgendwo hinlegen, wie der letzte Bastard. Ja, das machen wir auch. Na, ich habe immer noch Verbindungsprobleme, also das haben sie schon mal nicht behoben. Ich glaube tatsächlich, wenn der andere aber genau gehöre ist von mir. Ich habe nur noch was gemacht. Ich habe auch eine Schwerden. Ja, das ist ein Schwerden. Und dann können wir noch etwas tun. Ich habe meine Schwerden. Ja, das ist ein Schwerden. Ich habe auch einen Schwerden. Und dann habe ich mit sechs charlen. dein ernst da kam halt wirklich von beiden seiten er es wird ein team gewesen sein die haben mich gleich gehört als geschossen habe ich habe auch kennt habe ich von den gekillt doch wir haben ein mitgenommen war zwar nicht das stärkste war scheiß drauf na da kommen wir doch ganz vielen quests jetzt nachher so wir gucken jetzt noch mal aufs overall und dann wird es das für die folge fast gewesen sein und gucken noch mal schnell die haben wir noch genug das sind deine quests das ist das ist auch nicht tschuldigung falscher hier also vier haben wir schon und wir haben auch schon vier da haben wir quasi schon naja fast die hälfte das ist lächerlich da und hier musst du doch da muss glaube ich irgendwo sein hier haben wir zwei von fünf naja du das das wird das wird langsam jo dann bedanke ich mich auf jeden fall wir sehen uns beim nächsten mal wieder lasst einen like einen kommentar und ein abonatur und dann bis dahin tschüssi kaufski dann bis dahin tschüssi